das wird so geil eventuell wenn ich mir das überlege wir hätten den blumenwagen da lassen können genau das wird mir gerade irgendwie ein bisschen zu viel das war der falsche bis ich habe das mit dem nachtschatten viel geiler vorgestellt als es tatsächlich ist ich habe lauter fehler gemacht ich habe lauter fehler gemacht das sind vier wellen oh scheiße scheiße Scheiße. Gar nicht gut. Gar nicht gibt es das. Mist, da sind sie auch durch. Nein! Verdammt. Ich muss jetzt hier meine ganzen Spezialdünger verbrauchen. Auch wenn ich wieder ein paar bekomme. Nein, 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 nein. Weg mit den Gewichten. Verdammt. Verdammt. Mist, ich ist nicht schon wieder weg. Das gibt es doch. Nein! Das war der letzte Rasenmäher. Sterbt! 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 Gut so. Ich habe gleich nichts mehr und es kommt noch eine Welle. Leute, ich glaube, das verlieren wir. Level 19. Wegen den Nachtschatten. Ich brauche Sonnen. Jetzt haben wir hier keine Spezialdinger mehr. Alter, sterb. Nein! Ich habe keinen Spezialdünger mehr. Keine Spezialdünger kann ich nichts machen. Die Papageien nehmen mir alle. Wir haben verloren, Leute. Es tut mir leid. Oder kann ich Neustart? Nein. Wir haben verloren. Tja, Level 19. Pech! Nö, akzeptiere ich. Ich will keine Werbung sehen. Neues Spiel. Hilft nichts. Dann nehme ich die hier. Ah, nee. Ah, Mann. Aber wir haben auch keine Federbohne bekommen. Die Federbohne wäre so geil gewesen. Das war jetzt so ein Dreck. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich hatte von Anfang an die Idee, der Nachtschatten, wenn ich platziere, ist der sofort verstärkt. Ich weiß nicht, wieso. Ich hätte bei meiner Taktik bleiben sollen. Ich bin ja schon gespannt, welche Taktik ich jetzt entwickle, welche Pflanzen wir bekommen. So, wir sind da schon fast durch. So, Walnüsse sind alle okay. Jetzt geht's weiter mit den Erbsenkanonen. Dass wir die noch fertig machen. Oh, ich... Das ist die letzte Welle. Wir machen mal das da. Und haben es geschafft. Schattenpilz, den nehmen wir mit. Der war immer sehr geil für uns. Und zumindest den haben wir jetzt schon. So, wir bräuchten dann jetzt halt noch die Mondblume. Dann hätten wir nämlich den verstärkten Schattenpilz. Der macht halt mehr Schaden, wenn er Spezialdinger bekommt. So, der fehlt den Spezialdinger. Ich glaube, ich platziere hier einen Schatten... Oh, eigentlich wollte ich ihn da links haben, aber egal. Nee, eigentlich hätte ich ihn da unten haben wollen. Egal, jetzt ist der da oben. So, weg mit euch. Die letzte Welle. Oh, sehr viel Spezialdinger. Ja, nein, den setze ich jetzt nicht ein. Nachher haben wir ihn nicht mehr. So, oh ja. Oh nein. Oh, das ist ja fies. Aber wir nehmen die Mondblume mit. Die Zauberwünsche ist zu unberechenbar. Und wir können eh noch alles mitnehmen. Bleiben aber bei der Mondblume. Ich bin gespannt, ob wir den Blumerang wiederbekommen. Ich bin gespannt, ob wir den Blumerang wiederbekommen. So. Machen wir die doch mal fertig. Sehr schön. Mehr Sonnen, als wir ausgeben können. Überfall, das ist mir egal. Da sind wir jetzt dann gleich fertig. Oh, Spezialdinger. Was? Die waren auch nicht richtig auf der Karte und die sind schon gestorben, oder was? Na toll. Na ja. Das ist da eine Kanone. Und wir kriegen auch gleich wieder Spezialdinger. Okay, geschafft. Nächstes Level. Uh. Ich glaube, da nehme ich die Feuererbsenkanone. Und die würde ich auch gerne statt der normalen Erbsenkanone mitnehmen wollen. So, also. Zack, zack. Zack, zack, zack. Es geht sowieso noch alles. Okay. Okay. Da bin ich jetzt dann gespannt. Du kriegst das hier. So, wir warten noch. Jetzt. Wunderbar. Wunderbar. Weck Schuss und Tod. Super geil. Super. Das funktioniert wie... Einfach zu perfekt. Die Spezialdinger. Ein Überfall. Die haben gar keine Chance. Keine. Nochmal Spezialdinger. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Was? Nochmal? Jetzt komme ich aber langsam nicht mehr mit. Nächstes Level. Nein, der Nachtschatten nicht. Äh. Ich nehme das Cola-Pult mit. Oh. Lass mir die Sonnenblume da. Los geht's. Müsse ich dann anfangen sollen, unten zu setzen. Kann ich nämlich den Schattenpitz hier setzen. Das ist mir ein bisschen lieber. Wir haben jetzt einen etwas schlechteren Start. Aber naja. Naja. Das kriegen wir schon hin. Ah, schon wieder keiner. Keinen erwischt. Schade, schade, schade. Schade. Schade, 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 schade. So. Hier kriegen wir auch gleich wieder Spezialdinger. Deswegen mache ich das gleich. So. Sau geil. Jetzt kriegen wir wieder Spezialdinger. Super. 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 Oh, okay. Wow. Soundbuck. Nächstes Level Oh ja, geil Schattenerbsenkanone So, wir nehmen dich mit Dich, dich Dich, dich, dich Und dich So geil, Leute So unglaublich geil Keine Chance haben die Nicht die geringste werden sie haben Das ist so geil Okay Was will der, oh Naja Hey Der hat mal einen Pilz gefressen Ich glaube, den Pilz brauche ich gar nicht mehr Weg mit dem Pilz Nächstes Level Oder? Ah, sicher, sicher Oh, geil, die Uhrzeit Walnuss Weg mit dem normalen Walnuss Oh, die Zombies Die tun mir jetzt schon so leid Die haben ja gar keine Chance mehr Oh, man, Zombies Spezialdinger Nochmal Spezialdinger Oh, die Viel zu viel Spezialdünger, ich glaube dann mache ich das hier noch, für viele Spezialdünger, was soll ich denn jetzt doch so alles machen? Oh, wir sehen die jetzt auch viel viel schneller, seht ihr das? Ich glaube wir brauchen jetzt echt keinen Schattenpilz mehr. Nimm ja stattdessen die Chalapagno mit für Notfälle. Wir ersetzen die Schattenpilz, den wir für Notfälle haben, durch die Chalapagno für Notfälle. Ja gut, wir nehmen ihn noch mit. Mitnehmen können wir ihn ja noch. Ja gut.